Ja, also erstmal haben wir verdient verloren gegen eine viel bessere Mannschaft, muss man auch sagen. Die haben einen sehr guten Tag gehabt und wir haben einen von unseren schlechtesten gehabt. Das hört dazu, also wir haben jetzt seit September 2018 ist das unser zweiter Niedler zu Hause. Die Leute haben über längere Zeit über einen Bereich gemacht, bekommt immer einen Tag wo gar nichts funktioniert. So war das heute, leider. Ich denke, unsere Vorbereitung ist nicht so gut verlaufen, aber wir wussten, dass wir heute auf dem Punkt da sein werden, weil wir eigentlich eine Mannschaft sind, die mit Druck umgehen kann. Und das haben wir in der Vorrunde schon bewiesen und das war heute das Topspiel der Bayern Liga und das ist relativ deutlich ausgegangen. Ich denke, damit haben wir ein Statement für die ganze Liga gesetzt. Es sind jetzt 22 Punkte und jetzt können wir auch langsam aber sicher die Aufstiegsfeier starten. Die ganze Saison ist ein Ding und das Spiel heute ist ein Ding. Also natürlich hatten wir einen Spielplan und ja und wir haben sehr wenig von unserem Spielplan gut gemacht heute. So natürlich bin ich unzufrieden damit. Mit der ganzen Saison bin ich schon okay zufrieden, aber wir müssen die Hunger behalten. Das ist gut, aber das ist nicht genug. Wir können besser machen. Nein, ganz einfache Antwort. Ich gehe jetzt auch gleich zum Futsal. Ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen und dass wir dann dort jetzt schon die erste Aufstiegsfeier haben und dann in ein paar Wochen mit Pipes Ried die nächste. Also du musst ehrlich schauen. Also wenn ich habe auf die Rückrunde gesehen und anfangen zu zählen, wo liegen die Punkte, dann ist heute vielleicht nicht ein Tag gegen Pipes Ried. Die sind eine eigene Klasse, ganz ehrlich. Da schaust du nicht auf die Punkte vielleicht. Was Wasserburg macht oder Ingolstadt oder es war München, ja natürlich. Ich glaube, dass die bleiben da oben bis Ende. Und das ist unser Plan auch natürlich. Also wir schauen natürlich immer noch von Spiel zu Spiel. Und das haben wir vor der Saison gesagt. Das sagen wir immer noch so. Aber es ist natürlich auch klar, dass mit 22 Punkten uns niemand mehr einholen wird. Deswegen, wenn es rechnerisch dann durch ist, dann denke ich, werden wir auf jeden Fall feiern. Hörst du den Vogel, ey? Schau, dass sich schleicht, ist ja keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.